Dann war hier noch ne Bank. Geil, Ziegelsteiner. Hm, da ist noch einer. Nochmal Bretter. Und ein Geldbündel, okay. Was die Leute alles so vergessen und verlieren? Nein, ins Labor wollte ich, ach wobei doch, klar. Äh, warte, lass mich mal erst mal gucken. Es sind alle Sorten lila, aber ich hab grad keine Ahnung. Na komm, dann machen wir mal ein bisschen mit Haze rum. Okay, dann kreuzen wir es erstmal mit sich selbst. Warum nicht? Okay. Ach guck mal, der Zaun ist ja kaputt. Hab ich wohl vergessen zu ergänzen, also zu reparieren. Ne, jetzt hab ich es ja gemacht. So, jetzt würde mich mal, warte, erstmal gießen. Jetzt würde mich mal interessieren, brauche ich für irgendwas Farbe oder Zement? Gerade aktuell. Nein. Farbe und Zement wird nicht benötigt. Und Dachpappe? Bestimmt für die Wohnwagen, ne? Doch, für die Wohnwagen brauche ich Dachpappe. Aber Farbe und Zement nicht. Dann... Farbe... Oh, ein Zement. Ja gut. Ähm... Das hilft mir nicht. Das hilft mir gar nicht. So, und was haben wir jetzt hier noch? Wann kann ich wieder upgraden? Ach, da brauche ich noch Arsch... Also vier Kartons und zwei Plastik. Das heißt noch ein Zugevent oder zwei oder so und dann hätte ich das Zeug dafür. So... So... Falsch. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Bobby braucht für zwei Deals... Sechs und neun sind fünfzehn. Okay. Also... Machen wir mal vorsichtshalber noch von jedem... Von jeder Sache zwei. Da kann ich nämlich nochmal nachlegen. Gut. So weit, so gut. So weit, so gut. Jetzt schauen wir hier nochmal rein. Guck mal, da könnte ich Plastik kaufen. Nochmal Plastik. Kann ich vielleicht auch irgendwo einen Karton kaufen oder zwei? Nö. Jetzt habe ich aber gar nicht mehr nach Vasen geguckt. Weil ich irgendwie... Nö. Okay. Okay. Achso, genau. Und ich werde mal hier noch zwei zusätzliche Northern Lights auspflanzen, weil ich ja auch Northern Lights in die Apotheke hämmern muss. Damit sich der Auftrag erfüllt. Hm. Ja, irgendwie ist alles... Ist alles ein bisschen pausiert bei mir gewesen. Oder immer noch? Weil ich ja jetzt so viel mit auf Ertriebszentrale rumgemacht hab. Und dabei meine eigenen Ziele aus den Augen verloren hab. Nämlich zum Beispiel Rauch auf Räder und so. Ja. Gut. Ähm. Ja, Ware in Erbitten interessiert mich gerade auch irgendwie alles nicht so wirklich. Guck mal, da sind wir auch nur noch fünf. Fünf Level von entfernt. Guck mal, da sind wir auch nur noch fünf. Fünf Level von entfernt. Das hier ne. Dieses Schwarz-Weiß von dem Skunk. Das erinnert mich so stark an Lollis, die ich als Kind hatte. Und zwar... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh... Ist ja schon ne Weile her. Das waren so Lollis, die waren so... So spitz zulaufend. Wie so ein... Wie so ein... Kegel, kann man das sagen? Im Grunde wie ne runde Pyramide, aber so ein bisschen... Wie aus so ner Soft-Ice-Maschine. Ne? Ganz leicht. So mit Spuren irgendwie. So... Ja... Wie Soft-Ice so ein bisschen sah das aus. Hatte verschiedene Farben. Zum Beispiel weiß und schwarz oder so. Und der Stiel war meist so dünn aus Plastik. Und das sah dann aus wie ein... Ich glaub ein Fahrradfahrer oder so. Figuren auf jeden Fall. Und diese Lutscher waren in einer großen Packung. Immer. Weiß gar nicht mehr. Weiß gar nicht wie die hießen oder so. Ich hab als Kind hab ich die ne Zeit lang gehabt. Hab ich einfach so ein ganzes Behälter bekommen. Von meinen Eltern. Hier nimm. Äh... Und das hat dann ewig gehalten. Das stand dann irgendwo in meinem Zimmer rum und... Ähm... Ja. Hat ewig gehalten. Manchmal hab ich mir da einen rausgenommen. Und manchmal eben nicht. Und wie die heißen, das weiß ich leider nicht mehr. Aber diese Farben und das... Und das... Und dieses... Und dieses Muster von... Von Skunk. Hier das... Das erinnert mich einfach so stark daran. Keine Ahnung warum. Ich glaub da gabs auch einen schwarz-weißen... Lutscher von... Lass ich vielleicht mal eine Suchmaschine benutzen. Und dann... Und dann...